Willkommen zurück Leute zu The Evil Within. Da ist es schon, das einladende Loch und ich habe ein paar Bolzen erstellt. Das sollte ich tun und das habe ich getan und das ist natürlich, das ist natürlich auch ganz toll gelaufen hier wieder. Ich habe gerade keine Tipps offen. Das ist echt gerade blöd. Ich habe vergessen die Tipps gerade aufzumachen, fällt mir gerade ein. Ähm, ich setze mal die Batterie ein. Uh, jetzt bewegt sich das Dingens. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was passiert jetzt hier? Das klingt nach Aufruhr. Ganz viel Aufruhr. Okay, jetzt geht die Post hier ab. Ist hier irgendwo noch was? Oh Gott, ich habe Angst. Ich will nicht. Krass, okay. Jetzt, oh oh. Oh oh, da lief einer lang. Wer bist du? Ich mache erst mal die platt. Wenn hier noch mehr kommen, dann kommt bitte. Ich kann nämlich hier immer noch schnell durch das Loch zurück. Oder auch nicht. Okay. Ähm, ja. Seid ihr noch da? Hm. 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 Oh, da ist eine Axt. Die nehme ich mal mit. Ich bin gerade ein bisschen hier unter Schock und Stress und weiß nicht. Äh. Lauf mal. Oh, komm mal her. Ja, mal. Hallo. Kannst du mal irgendwie dich bewegen? Ja, okay. Zünd ihn mal an. Ja. Okay. Ich taste mich mal so langsam vor. Vielleicht ist ja hier auch noch eine Statue oder so. Oder auch nicht. Puh. Ich mache mal die Lampe an. Ich nehme mal an. Die Axt ist weg. Oh, nö. Oh, nö. Nein. Was ist das für ein Vieh? Shit. Und wieso geht es mir so schlecht und ich sehe es nicht? Okay, 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 okay. Shit. Nimm mal eine Spritze. Mein Freund. Oh. Öh. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mach ihn mal platt. Scheiße, das hat nichts gebracht. Scheiße. Okay. Okay. Oh, nein. Oh, nee, 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 nee. Ich, 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 ich... Panik. Shit. Und das läuft hier gerade gar nicht gut. Kann ich irgendwie vor dem Wegrennen oder so? Nee, irgendwie... Irgendwie stört mich das und irgendwie will ich sterben. Komm mal, mach mich mal tot. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich will das nochmal versuchen, weil ich jetzt weiß, dass hier so ein Klopsi kommt. Und dabei ist es gar kein Klopsi, aber es ist so ein... Oh, so ein Alien-Ding mit Metall, was auch immer. Zeug. Und der dumme Schrank. Voll gemein, dass der hier so... Ist schon wieder, ne? Kaputt gegangen. Ja, ist okay. Ich lerne es nicht. Ist okay. Ich sterbe lieber als, äh... So dumm zu sein und das nicht zu sehen. Aber okay. Kein Problem. Haha. So. Wo ist jetzt hier dieses Ding? Kann ich das irgendwie... Das muss man doch irgendwie lösen können. Kann man das gar nicht lösen? Doch, kann man. Voll fies. Ah ja. Jetzt geht hier gleich wieder die Hölle los. Ist hier irgendwas Besonderes? Vielleicht, weil der Schrank dann später auch erst oder so... Der fällt ja hier noch runter. So ein ganz ehrlich, so ein dummer Metallschrank. Als ob er den nicht auch mal eben einfach noch, ähm... Wegpacken könnte. Könnte man schön von der Ecke aus natürlich angreifen. Aber es ist natürlich Absicht. Dass man das nicht kann. Da werden die Schotten dicht gemacht. Ich fand das mit dem Schockbolzen-Gedöns gar nicht schlecht. Das mache ich, glaube ich, nochmal. Ja. Da hinten laufen sie. Ja. Komm mal hier rein, oder? Ja, super. Stirb. Die lebt noch, oder? Ja. Sie leben immer noch. Ich weiß nicht, was mit dem anderen ist. Kriege ich keinen Glibber diesmal. Voll gemein. Lad mal neu. Okay. Ich habe nicht mehr so viel Schrotflinten-Muni. Was kann ich denn mal am besten machen? Kann ich den auch schocken? Den Arsch? Irgendwie muss man den doch töten können. Jetzt kommt erst mal der andere, aber... Dann nehme ich mal Kälte. Boah. Jetzt kommt so eine. Okay, recht herzlichen Dank. Wo ist er jetzt hier? Lass es. Nimm das Ding wieder. Ja. Ja. Wie? Das, wenn du da weg gehst. Shit. Weck da. Das ist gut. Ja. Oh. Habe ich ihn? Äh. Noch nicht so, ne? Oh, das hat mich. Oh, das hat mich. Aua. Aua. Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich brauche eine Spritze. Ganz schnell. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Oh, oh, oh. Nein. Fuck. Oh, das ist richtig mies, blöd. Obwohl ich eigentlich Ausweichmöglichkeiten habe, wegzurennen, will ich ihn die ganze Zeit auch nicht so viel ausweichen, sondern auch angreifen. Oh, 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 oh. Ich mache jetzt mal keinen Cut. Einfach aus dem Grund, ähm, einfach aus dem Grund, dass ich, habe ich jetzt eigentlich, muss ich das auch noch machen? Muss ich die Dinger noch erstellen? Ja, muss ich. Okay. Dann mache ich das auch noch mal eben. Schock mache ich mal nicht, mache noch Kälte. Blend will ich nicht. Harpune kann ich nicht, Explosiv kannst du noch einen reinhauen und Schock. Immer her damit. Ja, gut. Und Blend bolzen halt. Gut. Dann lassen wir das mal so. Aber das mit den Harpunen war gar nicht so schlecht. Also, das hat er schon gut. Das war gar nicht so schlecht. Was habe ich mit dem, mit dem Hebel eigentlich bewirkt? Ich weiß es gar nicht. Ähm. Ich mache mal wieder den hier. Kommen sie schon. Oh, das nervt. Ja. Lieber die Pistonschüsse und so. Kennen wir ja schon. Hoffentlich steht der nicht wieder auf. Haben die auch noch was für mich? Nein. Okay. Ich nehme wieder Kälte. Komm mal her. Kommt her, kommt her, kommt her. Ja. 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 Gut. Bei dem mache ich auch Kälte. Und ich versuche es jetzt einfach wieder. Oh, das hat sogar geklappt. Uh. Okay. Weg da. Joa. Weg da. Okay, 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 okay. Das hat nichts gebracht. Harpune. Uh. Da ist sogar noch eine Axt. Oh, er liegt. Er liegt. Kann ich ihn anbrennen? Ich nehme mir erstmal den Glibber. Steht der wieder auf? War es das mit ihm? Der hat ordentlich was einstecken müssen. Wow. Weg da, weg da, weg da. Und nimm die Axt mit. Nimm die Axt mit. Puh, okay. Das war der eine. Ich hoffe, wir finden noch mehr Muni. Oh Gott, der steht bestimmt wieder auf oder so. Nimm den Hebel. Ähm, was haben wir jetzt bewirkt? Oh, ich habe immer noch Angst vor ihm. Was mache ich jetzt? Erstmal. Oh, da geht was hoch und runter. Okay. Äh, ich nehme mal eine Spritze. Das behalte ich in der Hand. Das geht hoch. Schnell. Uh. Okay. Hüte. Okay, okay, okay. Ist da noch eine Schiebeding? Ist da irgendwie eine... Was, was ich will? Irgendwas. Irgendwas, was ich brauche? Da ist eine Statue. Ich habe es gewusst. Shit, wie komme ich an die ran? Ich habe keine Munition mehr. Urgh. Shit, ich will die Statue haben. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was kann ich tun? Scharfschützengewehr vielleicht ausrüsten? Äh, ich mache es einfach mal. Sehe ich die von hier aus? Und irgendwie... Oh, ich habe es gewusst. Wenn ich zu weit rausgehe. Mann. Ey, das war echt gut. Es lief so gut. Ja, ich mache jetzt einen Cut. Wir sehen uns natürlich wieder, wenn ich das Vieh nochmal getötet habe. Bis gleich. Und... Ähm... Vielleicht spare ich sogar mal Pistolenschüsse, weil ich weiß, da ist jetzt eine Statue. Ich habe keine Ahnung, wie man die kriegt. Die doofe Statue. Weiß ich gerade nicht. Bis gleich. So, Leute. Da bin ich wieder. Ähm... Ich habe ihn gekillt und habe noch Pistolenschüsse und sogar... die Axt. Wo ist denn jetzt die Statue? Da ist sie. So, die ist schon mal kaputt. Das ist schön. Ähm... Das Ding geht nach hinten. Bin ich da hinten sicher? Ich weiß es nicht. Geh mal da hin. Okay. Hier ist man sicher anscheinend. Das ist praktisch. Anscheinend muss ich jetzt hier aber ja irgendwie auch rauskommen können. Wie weit geht das zurück? Bis hierhin so? Äh... Ich glaube, ich gehe aus der linken Ecke raus. Okay. Raus, 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 raus. Sehr schön. Das habe ich geschafft. Rennen. Ja. Sehr gut. Das haben wir geschafft. Ich hoffe, es kommt irgendwann ein Kontrollpunkt. Ähm... Ist hier irgendwas im Schrank? Nein, den hatten wir auch schon. Wenn hier wieder so einer kommt, habe ich ein Problem. Oh, das ist so ein Riesending davon. Es wäre fies, wenn jetzt noch so ein großer Gegner kommt, weil ich nicht weiß, wie viel Muni ich noch habe. Das geht doch bestimmt zu. Ja, habe ich mir gedacht. Man kann aber bestimmt da auch wieder hintergehen. Da ist auch ganz viel Glibber. Aha. Wann geht das wieder zurück? Was, bleibt das so? Anscheinend bleibt es so. Da ist eine Leiter. Habe ich jetzt Zeit verloren? Ich weiß es nicht. Ich nehme das mit. Ich Pech habe, habe ich Pech. Ich mache die Lampe an. Ich hoffe, hier ist nichts mehr. Okay. Gehe die Leiter hoch. Wäre toll, wenn wir es schaffen. Das haben wir geschafft. Das habe ich schon mal geschafft. Was passiert hier jetzt? Kommen hier Gegner auf weite Entfernung. Dann nutzt mir der Axt nichts. Sonst schalte ich schnell um. Auf das, was ich noch habe. Da ist noch ein Bolzen. Nimm das mal mit. Sehr schön. Ein Explosivbolzen. Heißt das, da kommt gleich was. Wird das brau? Das ist aber auch heavy hier, ey. Ich weiß nicht, wie gesagt, wo jetzt noch hier Statuen sind. Bam. Das ist so unheimlich hier gerade. Echt heftig. Ist hier oben noch eine Statue oder so? Keine Ahnung. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Mach das mal kaputt. Nimm den Glibber mit. Puh. Ähm, ja. Bin um jeden Schritt dankbar, wo mir gerade nichts passiert. So, da Spinnweben. Was ist jetzt hier? Was ist das für ein Ort? Aber echt. Irgendwas hört man hier auch schon wieder. Kannst du mal irgendwie... Hast du irgendwas zum Nachladen? Okay. Da kannst du nichts machen. Ein Scharfschützengewehr. Dann nehme ich mal wieder trotzdem die Schrotflinte. Äh. Und das habe ich auch. Ich habe keine Granaten mehr. Die habe ich alle verbrutzelt. Rutzelt. Ähm. Ja. Ist halt so. Keine Muni. Da hast du das. Dann nimm die Axt. Ja, nimm die Axt. Da ist noch eine Kachel. Ein Kartenfragment. 19. Finde ich toll. Puh. Und jetzt darf ich hier runter. Ah, ja. Nein. Nein. Er hat gar nicht geguckt irgendwie. Er ist direkt runtergehopst. Oh Gott. Komm das mal mit. Eine Spritze. Ist schön. Schön, schön. Oh, oh. Oh, oh. Wieder so einer. Nein. Das ist richtig scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Geh da weg. Geh. Oh, das sind zwei. Scheiße, das sind zwei. Das sind zwei. Das sind zwei. Geh weg. Lauf. Lauf einfach. Shit. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Nimm das mit. Nimm das mit. Nimm das mit. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein. Oh, ich muss eine Spritze nehmen. Ich muss eigentlich eine Spritze nehmen. Da ist noch ein Pulsen. Weg da. Shit. 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 Nein. Scheiße. Nein. Das war's. Alter, was soll ich machen? Ich brauche meine Granaten vom Anfang, die ich jetzt verbrezelt habe, auf den einen. Was soll ich mit zwei von diesen Dingern machen? Ähm, nebenbei das Tor aufmachen oder, oh, ich hatte einen Kontrollpunkt, das ist ja freundlich. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle, ähm, einen Cut. Wir sehen uns zum nächsten Part von The Evo Business Inn und bis dann. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Wir sehen uns zum nächsten Mal.